Musik Gernschnittchenherrin, willkommen zurück zum Klassen-TTT Hallo Leute Ich leg's dir erst vor, Mensch Dabeiden der Kandor, der Peter Kalterkopf, die Inel Wawi die Sherry, der Arcanes, und die Spark of Dragon, und ich bin natürlich Inno! Und ich hab nämlich auch mal geschafft, meine Aufnahme zu starten. Ja, dann hab ich mich geschossen. Mr. Kalterkopf, wie ist das jetzt? Darf ich den random mal verwenden, oder machst du jetzt den Rage Quit? Rage Quit. Ich mein, es muss ja nicht dieses auf dem Kopf Event kommen. Wenn das auf dem Kopf Event kommt, dann Rage Quit ich. Dann wird mir übel und dann, nein. Ja, dann, man muss nennen, ja, nicht dauernd Abuse, sag ich jetzt mal. Bist du da in der Handluft? Ui, also. Ich hab gepuppt. Das sagt gerade nämlich aus, dass ich die Kaube weg, ich geh weg. Das ist ganz schön gewaltig gepuppt. So. Bevor es Gas austritt, haben wir bei der Tür zu. Sherry, schießt es. Au, er hat mich getötet. Also schießt es. Enelwavi, 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 immer noch Enelwavi. Hinten im Poolraum. Im Poolraum. Peter und Spark of Dragons sind zusammen. Ja. Okay, ich glaub Peter hat mich umgebracht. Watch your back. Peter. Alter, ich bin Detective. Ich hab Weihnachtsforsorge. Ich treff' Enelwavi nicht. Ah. So. Sherry. Was ist hier passiert? Ja, ich hab'n Traitor getötet. Okay. Ich bin Detective. Gut. Guck mich das nicht so an. Guck mich das nicht so an. Rodic ist Detective, ja. Ich kann mal Ansichten wechseln. Wie Ansichten. Ausdaste. Kann ja nicht auf so von diesem Rutsch hier oben, kann man auf diese Streben rüberspringen. Ja. Musste ich gar nicht. Oh, hier liegt noch jemand. Erkenntnis ist auch tot. Das heißt, wenn du Peter siehst, töten, ne? Hier ist ein Schneemann. Ähm. Aber Spark lebt doch noch, oder nicht? Nur für die Allgemeinheit. Wie sieht's denn jetzt aus, wenn wir jemanden defibrillieren? Reden? Ja, nein? Ja, reden. Okay. Kann du, du brauchst reden. Oh, danke. Ich dachte schon so, ey, du Penner. Er hat mich jetzt eigentlich erschossen. Wabi hat dich erschossen. Die kam raus mit ihrer Schrotze und hat die einfach instant ins Gesicht geballert. Hier liegt ein Schneemann. Ähm, ich weiß jetzt ungefähr, wo der Peter Kattenkopf war. Ich hab doch gesagt, dass da ein Schneemann ist. Ja, ich seh's per Ding. Also Sherry läuft gerade die Ding hoch. Ja, Sherry ist es, glaube ich. Und Peter sind bei dem Ding. Weil Sherry und du war zusammen und dann ist auf einmal, ähm, okay, nein. Keiner, auf jeden Fall war auf jeden Fall Spark, glaube ich, dann tot. Ich glaube, ich hab den Detective erwähnt, was Credits technisch betrifft. Wer denn? Weil ich gerade mega viele Credits hatte. Wo ist denn der ungefähr, Rana? Ach nee, ich hatte ja Wabi's Credits. Ach, der ist beim Spawnpunkt, glaube ich. Ich hab nicht gesehen. Ich hatte ja, ich hab Wabi's ganze Credits gerade verwehrt. Der läuft in den Hintergrund Poolraum. Du bist Dreitor. Ey, schau mal, schau mal hinterher. Warum bin ich Dreitor? Weil du noch der einzige Überlebnis hast. Ich bin Inno. Ja, vielleicht bist du ja Dreitor. Nee, ich bin Inno. Oh, da hinten. Da ist er. Ja gut, Alter, den geb ich jetzt. Da ist er, am Spawnpunkt. Den geb ich jetzt. Der ist am Spawnpunkt. Also ich bin Inno. Der ist in dem Gang. Der läuft Richtung Ding. Aua, ich wurde defibrilliert. Das ist unfair. Pff. Ich höre alles Schüsse hier? Ja, der ist hinten in diesem... Wo wir... Wo wir was? Wo wir vor einem Masken... Genau. Au. Der läuft Richtung Scheiterraum. Au. Nein, Mann. Ich lebe noch. Mach mal hier Skillshot. Du, du. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen spielen. Du Ärsche. Ja, geh mal zu die Kabine. Ich glaube, der geht in den Prater-Room und dann rüber. Leider keine. Gibt keinen jemanden mehr außer uns, Hottig. Oh, nö, oder? Psst. Hm. Los, psst. Auf der Tür? Ich brauche rauszukommen. Natürlich bin ich noch vor der Tür. Also du bleibst durch einen Traitorraum drinnen zu bleiben, meinst du ja? Ja, Mann. Ich kämp' dich jetzt tot. Echt? Ja. Nett ist aber was anderes, ne? Nö. Pff. Hallo, du hast mich zwei... Ich wurde zweimal getötet, die Runde. Was soll ich denn sagen? Wie, du wirst zweimal getötet? Hat dich ein Traitor wiederbelebt? Nö. Einmal hab mich Wavi gekillt, Second Chance. Dann hab ich Wavi gekillt, dann hast du mich getötet, da hat auch nochmal Second Chance. Und jetzt hab ich nicht Lust, noch ein drittes Mal zu sterben, weil diesmal ist endgültig. Dann wird's ja mal Zeit, oder? Nee. Nie. Kann ich jetzt langsam rauskommen aus dem Raum, oder bist du jetzt immer noch davor? Ja, nee, ich bin jetzt weggegangen, weil ich hab Angst vor dir, weißt du. Okay, dann komm jetzt. Also, ich will nicht noch ein drittes Mal sterben. Komm dann jetzt raus, ja? Ja. Komm raus. Traurig, komm zu mir. Ich weiß nicht, wo du bist. Ich weiß auch nicht, wo du bist. Ich hab mein Radar verloren, leider. You bit of scared, macht mich das. Leider mein Radar verloren, wie du mich weggeballert hast. Kacklacka. Ja, lacker Skill, mein Freund. Ey, wo ist denn dieses scheiß Headpack? Ja, keine Ahnung, lass es. Da mit. Wer hat mich denn, wer hat mich dann gekillt, wenn's Sherry nicht war? Ich hab dich nicht gekillt. Ich weiß. Aha, okay. Aber er hat für die Schuld auf mich schieben, gell? So kenn ich die Video. Ja, du warst ja auch bei mir in der Nähe. Der Headpack rausgenommen aus dem Tradershop. Äh, nur soll ich drin sein. Wie heißt die Taube nochmal? Boaming Pigeon. Boaming Pigeon, okay. Alter, wie ich einfach aufs Verrecken war, wie ich nicht getroffen hab, ne? Ich hab auch versucht, auf den Kopf zu schießen, aber das war nicht One-Hit. So, gute Half-Life-2-Engine. Erstmal Muni-Mun. Ist aber sehr mutig, was du hier machst, der Kane. Ja, ich weiß. Ja, unser mutiger Detektiv. Wer ist ein Detektiv? Erkane. Erkane. Erkane kauft gleich den Random Art, nur dass Peter Rage quittet. Nein. Ich hab nur eben gerade angerufen, was sie, was sie sagen, eine andere Waffe macht, aber ich check das noch nicht so ganz. Beobacht mal, was du an Credits kriegst, wenn du zu viele Credits kriegst. Ich lass dich mal in Ruhe hier, ähm, in der Kabine drinne. Ja, aber ich hab vorhin auch, wo ich Detektivs-Animal war, nicht viel bekommen. Sag. Okay, dann war das vorhin nur die letzte Runde Zufall, dass ich da so ein Übermaß hatte. Frische Luft. Und selbst wenn es schadet mal nicht. Jetzt hab ich hier schön frische Luft drin. Ja, ihr wisst, ich hab einfach so einen harten Ping von 130. Ich geh rutschen. Ich hab keine Ahnung, warum. Alter, was bist denn du für'n Kack-Detektiv? Ich bin's auch nicht. Korrupt. Ähm, Peter? Ja? Wolltest du nicht heute wieder ein gewisses Thema anschneiden? Äh, was? Wolltest du nicht ein gewisses Thema anschneiden? Was für ein Thema? So, Naiko. Äh, Kandor war früher unsere Kindheit. Achso, unsere Kindheit? Ich weiß nicht. Mut zur Lücke. Ich bin einziger. Hi, Akane. Hi, Emel, Barbie. Hi, Kandor. Die 90er! Wolltest du noch, äh, ihr Dingelingspunkt? Hey, hey, da vorne ist es Roddick. Roddick, du bist beantwortet. Warum bist du beantwortet? Ich glaube, ja, weil Akane mir mitten in die Fresse geschossen hat. Ich glaub dir, kein Wort. Ich hab's auch gesehen. Peter fliegt, Peter fliegt, der sieht aus wie Harry Potter. Der sieht aus wie Harry Potter. Der läuft Richtung Traitor Raum. Hast du, der ist irgendwo bei der Rutsche? Wer ist das? Wieder Richtung Kapitel. Oh, ich schieße gerade auf Peter. Hast du auf mich geschossen? Ich schieße auf Peter, der fliegt da rum. Du hast so gesagt, der fliegt. Ja, das hat einfach so ausgeschaut aus, wie man durch den zieht. Kann den jetzt bitte mal jemand runterholen, danke? Wo, wo, wo? Da, willst du in den Traitor Raum gehen? Nein, ich guck doch nur, was hier ist. Wo, wo? Ist der Peter? Oh, woher weißt du, dass hier der Traitor Raum ist? Der fliegt da immer noch. Weil ich das Löffel kenne. Achso. Out. Ich hab ihn. Ich, ich geh identifieren. Ja. Wie ein Vogel vom Himmel geholt. Wie ein Vogel vom Himmel. Warte. Der hat ja auch schon einen Headshot bekommen, oder? Ja, Headshot. Ja, das war ich. Bin Proven Inno. Wir wissen, nein, alles. Ja, also Christopher, ich spiel. Bei der Leiche. Bei der Leiche. Wer mich verdächtigt, muss jetzt ziemlich dämlich sein. Spark sagt, meine Leiche, meine Leiche. Ich hab auch mich aufgeschossen. Bei der Leiche. Spark ist glücklich, wenn sie Leichen hat. Wie ist die, sie ist. Weißt du, was ist meine Leichen zu verspäten? Spark, gib mir bitte die Leiche. Wo bist du denn? Oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Au. Spark, lass die Leiche da liegen. Also einer von euch dreien ist Traitor. Die Leiche vom Traitor ist konfisziert. Warum? Bis auf weiteres. Beide Leiche. Ja. Wenn ein anderer Traitor kommt, beliebt ihr einfach den wieder. Aber ich wollte doch die Leiche haben. Ja, aber bist du Proven Inno? Die Flasche. Ja, bin ich. Die Waffe lebt. Schaut an. Hui. Hey, Sherry. Hi. Hey, Sherry. Hey, Sherry. Hi. Dann ist doch sowieso egal. Außer es kommt jetzt eine John Cena-Bombe oder so. Oh, hi. Da schießt gerade jemand. Wer schießt? Kann doch schießt, dann die Decke. Ja, ich wollte Luftlöcher machen. Ja, ich wollte Luftlöcher machen. Das ist mir artig. Sherry's. Okay, Sherry Trader. Sherry's Save Trader. Was? Ja, okay. Sherry's Save Trader. Die hat Wabi weggemacht. Ach so, scheiße. Genau, in die Richtung Kandor. Ja, ja, ich hab's schon gesehen. Was? Ich hab den Mord gerade beobachtet. Wo ist sie? Ähm, Bonnpunkt. Wo? Da. Ich hab den Mord beobachtet, Sherry. Du kommst da nicht mehr raus. Ich dachte, ich wär alleine. Ich bin so ein Held, Leute. Aber ich hab gemeint, dass du bei mir bist. Aua. Ich hab gerade gesehen, ich hab all meine Audio noch gemutet gehabt. Ich wollte eigentlich sagen, Sherry ist bei mir, aber dann wurde ich getötet. Und ich seh eben nur von da hinten, wie schön da Wabi und Sherry nebeneinander. Ja, ich dachte... Sherry, du hast den Endgame-Boys. Oh, nö. Wie denn? Du flötet mal alle. Sherry, die hat den Endgame-Boys-Chat wieder an. Ich hab ihn jetzt nicht mehr an. Gut. Sag noch mal was. Hallo. Da liegt noch eine Nova für jemanden, der auch eine Nova hat. Ich bin aus Versehen da drauf. Ich bin die Taktik. Also, ihr kennt alle die Regeln beim Boxen, ne? Das ist klar. Ich bin Hartz-Vier-Empfänger. Wer ist Traitor? Nein, ich hab da eben nur vor der Brücke schön gesehen, wie Wabi und Sherry da so laufen. Und auf einmal wutzert es Wabi weggefallen. Als erstes immer den Schiedsrichter ausschalten beim Boxen. Ich bin Detective bei TTT, nicht anders. Danke. Oh, ich geh kacken, Alter. Ja, geh mal kacken. Ja, wer ist ein Detective? Okay, Spark of Dragon wird diese Runde als erstes sterben. Warum? Ja, weil Erke eben gerade gesagt hat, das ist wie beim Boxen. Da musst du den Schiedsrichter ausschalten. Ach so, okay. Nur das ist jetzt der Detective, der Schiedsrichter. Äh, Sherry ist bei mir, wenn ich sterbe. Ich bin bei Roddick. Ich bin alleine. Peter, Peter ist Traitor. Peter, drück mal eh auf das Rad. Drück mal eh auf das Rad. Hab's gerade versucht, geht nicht. Ach, schieß gerade jemand. Warum schießt hierher? Äh, das ist, ich kann, ich kann schießt. Leute, ich würde behaupten. Ich kann schießt. Ich kann schießt auf mich. Okay, jetzt gut. Wo ist er denn da? Ich würde mal behaupten, Peter ist Proven Eno. So ganz dezent am Rande. Warum? Was mich zu diesem Schluss bringt. Weil er das Traitor-Rad nicht aktivieren konnte und weil er Erkein getötet hat, der auf Warby geschossen hat. Was? Traitor-Rad? Nein, ich habe Erkein getötet, der auf einen von euch beiden da oben geschossen hat. Ja, auf mich hat er geschossen. Wenn ich nicht mehr rede, kann so, ist das nicht gut. Ja, aber eigentlich hätten wir uns jetzt die ganze Zeit selber erschießen können, also denke ich, ich weiß nicht. Roddick. Also ich hätte dich glaube ich nicht. Nein, Erkein war Eno. Was macht das? Warum schießt er denn auf mich? Was ist das Rad jetzt hier? Keine Ahnung, aber das verdunkelt hier, er macht hier einfach Nebel, dass man schlechter sieht. Achso. Welken jemand hat einen Grappling-Hook? Oder? Ich nett. Ich bin hier unten. Fuck, okay. Hi. Also Peter glaube ich ziemlich safe, dass er Eno ist. Ich auch. Du auch? Ich auch. Hey, 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 schau mal, ich hab... Roddick, Roddick, schau mal, Babygun. Mir scheißegal, Alter, ab mit dir. Was? Hey, schau's denn. Kann mir jemand in der Wabi-Leiche angucken? Wo ist die denn? Bin ich tot. Ach, du bist nicht tot? Nö. Achso, ich bin bei Roddick. Sag, du wärst schon. Hey, wer ist das, wer ist das? Erkein. Was? Oh, hey. Wurde Erkein schon gegen Dings? Ja. Eno. Er hat auf mich geschossen. Und dann schießt er auf Tisch. Weiß ich nicht. Meine Waffe ist schief. Ich hör ne Grappling. Ich. Ich hab nur ihn rufen gehört, Peter ist Traitor, hat auf mich geschossen und hab ich mich gewehrt. Ach, same. Und in der Wabi hat mir geholfen. Hey, Kandor. Und damit mir alle jetzt wirklich glauben, geh ich rutschen. Ach, so gut, ich geh rutschen. Hey, nein, komm, lass den Traitor-Tester aus dem Spiel. Du spielst den Traitor-Tester aus dem Spiel, dann lass ich deine Mutter aus dem Keller. Ja, okay, Peter ist safe, Eno. Jetzt hat er den Traitor-Tester benutzt. Es gibt keinen, der mehr Eno ist als Peter. Richtig. Hi, Raddick. Du bist Erkein, ich bin Eno. Sparky, du könntest ihn ja wiederbeleben. Kandor ist hinter mir. Stimmt. Gute Idee. Aber willst du wirklich jemanden wiederbeleben, der so trigger-happy war? Ich glaub, Enelwabi ist auch Eno, weil sie hat ja mich verteidigt. Ja. Ich hab ja nicht mal bei Kredits. Aber es kann ja auch ne Taktik sein. Es kann ja auch einfach nur der Chance gewesen sein, einen Eno-Safe wegzuballen. So, und dann glaub ich, dass Roddick auch Eno ist, weil sonst wären wir schon längst alle tot. Meinsam. Also, Kandor und Sherry. Leute, ihr steht mir hier alle auf den Spot. Ja, die Bombe, die ist nicht gut. Oh, ich hab die leckt. Ich tue jetzt einfach mal Kandor hier als Kill und als Sherry markieren. Ich glaub, ich hätte euch auch schon längst getötet. Ja, ich will nur sagen, der Trader hat noch sechs Minuten, ne? Ja. Ja, also Kandor wachern. Oh Gott. Ja, er ist sauer. Äh, was ist die Pugel schließen? Nein, geht da rein, Alter. Ich geh da jetzt rein und mach den Pugel. Der Pool kann sich nicht schließen, weil ihr beide seid ja nicht im Dings. Mann, das warg. Was? Nichts, alles cool. Lass mich über ein Lächer alleine. So, heute dein Kunstwerk anschauen. Ey. Hey, Leute, hier liegt jemand. Lebe ihn doch mal wieder. Ich hab ja Kredits mehr. Ja, der war eh nur. Radek ist tot. Äh, wer auch immer da hinten war. Mit welcher Waffe? Bavi war bei mir. Mit welcher Waffe? Mit welcher Waffe denn? Bavi war bei mir. Ja, aber die anderen beiden sind hinter dir. Kandor, mit welcher Waffe wurde er getötet? Weiß ich nicht. Mit einer Kriechen. Wow, was war das? Ist es, ist es Kandor? Nein. Ist es Kandor? Sherry? Was denn? Ich bin hier. Ich hab nichts gemacht. Töte... Sherry, dein Ernst? Du hättest ihn locker killen können. Der war der Einzige noch. Volle Schlussfolgerung, Peter. Ich wollte gerade was benutzen. Nein, ich wollte... Die waren alle beisammen. Ja, die war... Das Peter war gerade allein. Ich hab alle gekillt. Schön. Ich wollte gerade was benutzen, weil er sich umgedreht hat und dann erschießt er mich. Ach, das war so schön. Roddick, mal richtig schön. Und du wirklich schießt es um keiner. Mann, ey. Fuck, ey. Sag mal, warum schießt jemand auf mich? Ich hab deswegen auch... Warum sollte man nicht auf dich schießen? Oder redet du mich gerade nicht? Redet doch einfach alle gleichzeitig. Leute, ich möchte nur anmerken, weil Sherry sagt, warum schießt jemand auf mich? Das hört sich an wie ich bin Traitor. Warum hat jemand die Intention, auf mich zu schießen? Nein, irgendjemand... Ich hab 46 Leben. Ja. Kann man denn mit der Grappling-Gun da irgendwie... Geh kacken, Roddick. Ganz einfach. Du kacken, Alter. Oh, okay, bleibt so ein Traitor-Shop. Ja. Äh, ne Traitor-Shop. Äh, wie heißt's? Wenn der Barbie fliegt, ist Traitor. Traitor-Raum. Traitor-Raum. Barbie ist... Detektiv. Wenn du glaubst, dass ich Traitor bin, dann schießt mich doch. Äh, bam! Ach, erkennt, warum hast du eigentlich gesagt, ich wäre Traitor und auf mich geschossen, obwohl ich schon da gehockt habe? Weil, weil, weil ihr da o- weil, weil Roddick und, und, und du da oben bei diesen, bei diesen... Wo bist du denn überhaupt? Da, da oben wart. Ja, da oben. Ich kenn keinen Weg, der da oben ist. Doch. Außer die, 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 diese, 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 diese komische... Arme... Uff! Ah! Alter, was fliegt da? Ich? Ich hab keine Ahnung. Kam schon. Da kam gerade ne Leiche geflogen, Alter. Wo, Leiche, wo? Wo, Leiche? Und ich stehe so beieinander und da kommt auf einmal die Leiche geflogen. Große Leiche. Äh, die, die ist irgendwo bei dir rutschen. Das war, das sah gerade so lustig aus. Wir schauen uns an, einfach mal klatschen neben uns einfach die Leiche so auf. Voll geil. Harry ist tot. Ähm, hast du Radar? Wir haben jetzt nur noch Wavi. Ja, Wavi, wo bist du denn? Das sag ich dir bestimmt nicht. Die ist hinten am Spawn. Ich hab Babygun, dass wir sie mit der Babygun töten. Sie ist hinten im Boilerraum. Ah, in dem... Wavi, du bist tot, also... Du hast keine Chance. Alter, was für ne geschüssene Waffe. Hey, hey, Roddy, 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 bleib stehen, ich will Babygun. Waffe zieht einfach nach oben, wenn du... Also, was ich sagen wollte, du kannst diese Wendetreppe hochgehen, dann über den Zaun springen, dann bist du auf diese Brüstung draußen. Das sah gerade so geil aus, ich schau mich um, du stehst hinter denen mit dem Scheißriefen-Ding und ich denk mir so, alter... Und das Ding macht nur so... Alles klar. Alles klar läuft bei euch. Das war wundervoll. Ich konnte jetzt lachen jetzt echt, nimm mal verkneifen, das sah so geil aus. Und vor allem beide hat es schon weggegangen. Ja, ich dachte so, wenn jetzt einer überlebt, dann muss ich ihn enttöten. Ich dachte mir so, yo, okay, Kandor steht vorne, save die Sache ab, falls ich verfehle. Ach, das war jetzt so... Ich liebe solche Scheiterrömpen. Ich hab irgendwie nur solche... Okay, Wavi, ist es. Wo ist der? Spark of Dragon ist bei mir. Ähm, Spawn. Ich? Nein, ich hab nicht. Und wen? Wir haben keinen Detektiv mehr. Okay, der kalte Kopf, Wavi ist tot, ein Traitor ist noch übrig. Okay. Ich bin safe, Inno, das heißt... Ach, hier kann man rüber springen. Hä, ja, ich bin safe, Inno. Wir haben gesagt, wir wollen Traitor-Tester, ne? Ja, ich bin trotzdem safe, Inno, weil ich einen Traitor gekillt hab. Äh, ich bin mit A-K, wenn ich gerade tot bin, dann... Zieh ab. A-K-A-N! Zieh ab, zieh ab, zieh ab, zieh ab, zieh ab, zieh ab. Danke. A-K-A-N! Aha. Äh, äh, äh. Hä? Da ist jemand drüber runtergefallen. Wenn ihr eine Leiche sehen... A-K-A-N ist tot. Aber er... Wurde er erschossen? Warte, warte, Todesursache. They fell to death. Okay. Der ist runtergefallen. Ja, dann kann es nur noch. Ähm, dann müsst ihr das unter euch drei ausmachen. Weil ich bin ja safe, Inno. Ja, stimmt, du hast Wavi gekillt, gell? Ich hab ja Wavi instant gekillt, weil die ja Peter weggeballert hat. Ähm, Spark, Sherry? Spark ist bei mir. Barry hab ich da hinten auch irgendwo gesehen. Sherry redet nicht, also Sherry. Aber Sherry war doch jetzt vorhin voll oft schon. Sherry, nein. Wer ist denn... Ähm, ich vertraue Spark nicht, die ist so... Was? ...komisch hinter mir. Ich bin immer hinter dir, das weißt du... Äh, Spark ist bei mir. Hä, Spark ist doch bei mir. Ich bin bei euch beiden. Da vorne steht Roddick. Hä, wo steht Roddick? Hä, da, hier. Sagt das doch nicht. Wenn er teuer ist, kann er uns jetzt beide wegmachen. Lass uns flanschen, lass uns flanschen. Hey, nee, äh, ganz ehrlich, ich glaub jetzt grad echt, dass das Ding, weil, Elena, äh, Sherry... Ja, dann, dann duelliert euch. Warum wir? Ja, aber geht weg von mir. Es kann auch noch nicht überleben. Hallo, Sherry, lebt da. Ich bin der Inno von euch. Ich bin der safe... Wo denn? Weiß ich nicht, aber es ist auf Tapf, zeigt's an, sie lebt noch. Ja, das heißt nur, dass sie noch nicht gefunden wurde. Sag mal, wie einfach niemand zuhört. Ich sag, Spark ist bei mir und dann, pam, tot. Ja, das heißt ja nicht, dass sie nicht weggegangen sein kann und dich jemand anders weggesnipet hat. Nein, sie war genau neben mir. Ah, ich dachte, du lebst noch. Nein, du weißt, ich gehe da wieder zurück, sehe nur im Augenwinkel, gehe ich da hinten über ein Unidentified Body und denke mir so, Warby ist hier. Fuck, Warby, was ist da hinweg? Ich hab dich gar nicht gesehen, ich wusste nicht, dass ich nicht alleine bin. War sofort tot. Nein, ich hab ja nur den Unidentified Body gesehen. Ja, ich war auch sofort. War sofort tot. Spark und... Perf! Oh, look, wer hat geschossen? In Elvawi, hallo? Ich hab da Sherry da vorne weggemacht, oder? Hey, Sherry. Nein. Ups. Ach, die Tür zu übeln, genau. Ja. Äh. Hey, Roddick. Ich lass dich das nicht nochmal wiederholen, Warby. Hallo, Roddick. Hey, was denn? Was denn? Achso. Ich hab dich geschossen. Ja, hab ich. Warum? Hinter dir ist Peter. Hey, Spark hat auf mich geschossen, und dann hab ich ihn erschossen, aber er ist Inno. Und dann hast du ihn erschossen. Ja, war... Roddick, wollen wir nochmal vertauschen? Ja, hallo, wenn dich jemand anschießt, einfach so... Was hast du? Ich hab die normale... Wie heißt die hier? Die Reifel. Nein, AWP... Die AWP macht mehr Brumms. Ich weiß, die ist wichtig. Ich hab die immer hier, ich hab die gerade nicht gefunden. Du hast die mir gesnackt. Ja, was zahlst du denn? Zahlst du mir ein Traitor-Item dafür? Hey, Sherry. Na? Würd ich gleich tun, wenn ich Traitor wäre. Was? Wenn du noch Credits hast, wäre nett, ist das nicht... Hinter dir kommt jemand, Roddick. Ene und Sherry. Äh, was ist das? Da ist ne... Aber ich bin Shandor. Du hast... Warum ist Spark dauernd laut dir ein R? Hä? Irgendjemand ist durch den Traitor, der Entschwungen, oder nicht? Ja, okay. Warum ist Spark dauernd? Ja, wow, Arcane. Arcane ist durch den Traitor-Test und safe, Eno. Äh, es ist ein Wüßes, der wurde durch die Tode geschossen. Weil er durch den Traitor-Test ist. Oh, Alter, ich lag grad voll. Lag. Arcane ist safe, Eno durch den Traitor-Test. Äh, es ist... Ich bin erschrocken. Ich seh's grad nicht. Es ist Kandor. Kandor, Kandor, Kandor. Oh Gott. T... Kandor ist... ... Kati? Kann ich hereinkommen? Ist alles safe? Du bist's. Kandor, ich würde mal sagen, Kandor ist, äh, der definitive, äh, Killer des Tages. Erlebt ihn doch. Erkennt nur noch du, oder ist das? Äh, 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 Roddick anscheinend auch und NL-Wavi anscheinend auch. Alle tot, oder? Nein. Die leben noch. Ach so. Geh weg. Ich werde ja was träumen. Mein Hund träumt. Unser Hund träumt. Jetzt ist er ruhig. Er träumt von einer... ...Hünde... ...von einem großen, weiten Wiese. Voller böser Dinge. Voller böser Dinge? Äh... Wo bist du so? Ich bin Richtung Traderon. Ach so. Ich nicht. Ich weiß. Du bist irgendwo auf dem Dach, glaube ich. Du musst halt nicht dahin fliegen sehen. Woher da unten fassst du? Oh. Komm, Peter. Noch kurz ein Protat. Ah, da hinten bist du ja. Ah, bist du ja. Aber eine schlechte Waffe für Nahkampf. Oh, eine andere Waffe. Machst du mich kaputt? Oh, kaputt. Gute ist immer so eine Sache, ne? Alter. Das Ding ist hier, das Spiel ist hier voll Paranormal. Hier laufen Fässer durch die Gegend, Alter. Hier sind Geister. Ich schwör's dir. Jeder, das musst du unbedingt sehen. Kann man denn so einen Fass merken? Was macht denn jeder? Als Traitor soll man alles selber machen. Vor allem schreie ich noch, es ist Kandor. Und ich sag, du bist und zu Peter. Aber ich würde sagen, das war's von der Runde. Haut rein, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020